Hallo, hier sinds wieder. Willkommen zum Flaschenöffnen des Balis. Das ist was ganz leckeres. Mit Basilikum und Ingwer. Zu wenig Kraft. Jetzt setzen wir uns da rein. Mensch, das riecht gut. Ich glaube dir kein Wort. Fast so wie bei Omi. Wo ich auch immer Basilikum und Ingwer getrunken habe. Das ist wieder so ein Getränk. So? So gut? Ich seh dich gar nicht. Boah, ihr ordnet das. Das ist ja auch richtig scharf. Hier. Where the journey begins. Ja, bitte sehr. Hier. War lecker. Guck mal, das ist mit Bubbe. Jetzt trink. Los. Warum immer ich? Ich habe zuerst getrunken. Leck mich weg. Ja, ist gut, ne? Das kann man trinken. Das ist vegan. Glutenfrei. Und 5,5% Fruchtgehalt. Fruchtgehalt? Was ist das? Basilikum? Ingwer? Ingwerfrucht. Das kann sie so in die Tonne schmeißen. Im Garten kippen. Genau. Aber der Deckel ist schön. Guck mal. Ja. Oder? Nein. Nee. So. Eine 3. Ja, aber eine liebgemeinte 3. Das ist eine lustige Idee. Ja, eine lustige Getränkeidee. Ja. Nein. Gut. Feierabend? Eine 3 war das. Maximal. Ja. Eigentlich ein schöner Tag für so ein scheiß Getränk.